Hallo ihr Lieben und ein herzerfrischendes Moin Moin an alle durchgeknallten. Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Sailor Moon Another Story. Beim letzten Mal haben wir das sehr unspektakuläre Silver Millennium erkundet und ich habe inzwischen einen kleinen Blick in die Komplettlösung geworfen, wirklich nur einen ganz kleinen, um so eine grobe Ahnung zu bekommen. Und bin zu dem Schluss gekommen, offenbar... Oh, es gibt eine Weltkarte. Das sehe ich jetzt auch zum ersten Mal. Offenbar war ich auf dem Mond noch nicht ganz fertig. Ich weiß nicht, wer das sagt. Das Volk des Mondes wurde komplett ausgelöscht. Da soll mal einer drauf kommen, dass man einfach nochmal zum Mond fliegen muss. Denk ich mal. Das ist das Ende des Mondes. Dadurch können wir beide in unserer eigenen Welt leben. Okay. Das könnte jetzt etwas emotional hart für Sailor Moon werden, denke ich. Das ist... Das Silver Millennium. Sailor Moon. Das ist Schicksal. Okay, ich lasse es schon. Selbst wenn ich es weiß... Kann ich die Dinge nicht... Ich finde, das klingt eher so als eine Frage sein. Selbst wenn ich es weiß, kann ich die Dinge nicht ändern. Dann... Ich kann mich bewegen. Nice. Wie sieht überhaupt meine Truppe aus? Sind wir voll geheilt und so? Laut Komplettlösung sind wir auf jeden Fall auf einem Level, der völlig ausreichend ist für alles, was jetzt kommt. Oh, Kiste. Eine Mondscherbe. Was ist eine Mondscherbe? Ist das ein Accessoire? Sieht nicht so aus. Okay. Ist es ein Use-Item? Oder ist es gar ein seltenes Item? Mondbuch. Mondscherbe, Mondscherbe, Mondscherbe. 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 Okay, ein Mondstein. Okay. Bringt gar nichts. Es heilt nur. Ich finde, dieses Spiel hat eine exorbitant hohe Zahl an Heilgegenständen, die es nicht nötig hätte. Okay, da können wir nicht mehr hin. Gut, dass wir uns wirklich komplett umgeguckt haben, bevor hier alles in Trümmer gegangen ist. Ich finde es gerade extrem schwer zu erahnen, wo wir langlaufen können und wo nicht. Ach, das waren diese... Na, hier war Wasser drin. Ich glaube, ich setze mal den Ton ein bisschen lauter. Der ist noch jetzt ein bisschen arg leise. War ja vielleicht beim letzten Mal auch schon. Na. Ah, es ist furchtbar schwer zu sehen, wo man langlaufen kann. Oh, oh. Oh. Es ist mein altes Ich. Ich will das nicht sehen. Hä? Ich bin verschwunden? Nein. Ich kann die Energie des schwarzen Kristalls spüren. Prinz Demand, du bist das, nicht wahr? Komm raus! Ist das... Huch. Oh. Sailor Moon. Du bist also in diese Zeit gekommen? Lass mein altes Ich in Ruhe. Ist auch interessant, dass er also... Seine Logik ist, wenn es so nicht klappt, reise ich einfach noch weiter in die Vergangenheit. Nein. Es sei denn, Sailor Moon, du kommst zu mir. Nein. Was wollen wir wetten, dass sie es gleich macht? Nein, Sailor Moon. Ich verstehe. Sailor Moon. Jede Wette, sie macht. Luna, es ist, wie du es gesagt hast, richtig? Wir können es nicht zulassen, dass jemand das verändert, was das Schicksal für die Menschen dieser Zeit vorgesehen hat. Sailor Moon. Wenn ich dich in meine Hände bekomme... bekommen kann, werde ich nichts anderes mehr anfassen. Das klingt so falsch. Das klingt so falsch. Wenn ich... Ich zeige dir einen richtigen Hasen. Wenn ich dich nur in meine Hände kriegen kann, werde ich nichts mehr... Nichts mehr anderes berühren. Nichts anderes mehr berühren, so rum soll es heißen. Wupp. Ha! Letztendlich ist die Prinzessin in meinen Händen. Usagi! Okay, sie hat es nicht ganz freiwillig gemacht. Das ist nicht ganz so doof wie sonst. Moon Healing Escalation. Nein, ich... Ich lese das nicht so vor wie es da steht. Da weigere ich mich. Und ich finde immer noch, sie hat pinke Haare. Also ihr Sprite nicht, aber ihr Faceset hat pinke Haare. Bling, bling. Ab zur Erde. Kommt jetzt der Ton und... Und setzt sie um. Das wäre cool. Da habe ich so eine halbfertige Fanfiction drüber. Oh, Sinn. Die Giftnudeln. Hat das jeder gesehen? Das war der Silberkristall dieser Zeit. Die Splitter fielen auf die Erde. Oh nein. Sollten wir jetzt nicht gegen die Sailor-Kriegerinnen kämpfen? Wartet. Absu hat bereits ihren Plan vollendet. Hat sie? Ich raff diesen Zeitreise-Plot immer noch nicht ganz. Ja, das stimmt. Wenn wir einen Splitter des Silberkristalls jetzt bekommen, wird er seine Kräfte verlieren. Hä? Sollen wir diese winzig kleinen Splitter suchen? DÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ wirkt irgendwie gerade so ein bisschen wie diese ganzen umgehungswörter für töten obwohl diesmal etwas sind macht na ja das wird das einzige sein was wir brauchen damit absolute kräfte einsetzen kann okay wenn wir einen später bekommen mit unserer arbeit hier erledigt sein herz herz okay lasst uns gehen sailor kriegerinnen wer sagt das natürlich sehr feier öffnet meinem bruder die augen sailor kriegerin mein bruder ist verwirrt er ist verwirrt er hat sich vor verwirrung selbst verletzt er ist zusammen mit sailor moon im verlies des mondpalastes der mondpalast hatten verlies das ist mein wunsch lasst uns endlich frieden finden wir sollten nun zurückkehren lasst uns gehen und es allen erzählen ja sailor moon ist weg es wurde verhindert dass die geschichte der vergangenheit verändert wird aber sailor moon wurde entführt also wenn wir selbst die vergangenheit beschützen wird das ergebnis dasselbe sein ein schicksal ohne sailor moon ich werde ihr helfen wenn sailor moon nicht existieren würde dann wäre mein gegenwärtiges ich vielleicht gar nicht hier ich werde auch helfen eine zukunft ohne die prinzessin wäre bedeutungslos wenn sailor moon aus dieser zeit verschwindet gibt es einen widerspruch in der zeit was auch immer wir tun wir müssen sailor moon helfen ja ich habe es verstanden alle wollen ihr helfen oh sorry wir müssen ihr helfen jetzt habe ich die textbox weggeklickt ohne sie zu lesen sailor moon ist eine gute freundin wir können nicht einfach nur zusehen sie ist immer so leichtsinnig und unvorsichtig wird dir nie einfallen madame blutspende und sie denkt manchmal nicht an die konsequenzen ich wiederhole mich aber so ist das sage ich nun mal wir müssen ihr helfen wenn sailor moon weg ist kann ich nicht in meine zeit zurückkehren und löse mich in ein logikwölkchen auf stimmt keiner von uns kann sich eine zukunft ohne sailor moon vorstellen gehen wir und helfen sailor moon sie muss im mondpalast über den safir gesprochen hat gefangen gehalten werden es gibt ein verließ im mondpalast da hat die katze gar nichts von gesagt aber gut ja wenn wir uns im mondpalast auf das symbol stellen was für ein symbol sollten wir in der lage sein dorthin zu gelangen ok und ich muss jetzt ach das symbol ok lasst uns gehen ich muss regroupen aber wer ist jetzt ok nervensäge ist jetzt ist jetzt gruppenleiter ok wir nehmen minako wir nehmen makoto nehmen plüter ich kann es nicht lassen sorry und ach kommen wir nehmen neptune noch mit und war eine die unterlevel ist dabei das werden wir schon verpacken oh gott wir steuern die nervensäge ok ab zum mond unsere item reserven sind ja bis oben hin voll ich muss jetzt gucke ich mir im kampf mal kurz was an ich will nämlich wissen mir gefällt schon mal die positionierung nicht aber wiederbelebung mehrere ok geht aber nicht blut und chibi moon ist aber ein angriff chibi moon und uranus zucker herz kette zucker herz donner wieder auferstehung geht auch nicht heilsturm wäre das was ich echt gerne können würde aber ich glaube das geht nur wenn wir zucker herz kette doppel herz link einzeln ok ich gucke gerade welche link techniken jetzt mit diesem team per se möglich sind zucker herz spiegel ok und pluto was hast du zu bieten also wir haben im moment keine heil techniken das heißt wir müssen mit items heilen so erst mal die position ändern formation gefällt mir an sicher ganz gut aber ich hätte gerne venus vorne und die nervensäge in der mitte außerdem hätte ich makoto gern auch vorne ich weiß nicht ob das was bringt ich bin immer noch ab das system immer noch nicht ganz verstanden aber so rein vom gefühl her ist makoto doch eher prädestiniert für den frontkampf den kampf hat gar nicht gegeben und den noch viel weniger auf die arche gehen ich glaube jetzt können wir uns wahrscheinlich im moon kingdom auch noch mal umschauen hier gibt es glaube ich auch noch irgendetwas cooles zu finden das habe ich in der komplett lösung noch so mit einem auge gesehen dass hier noch irgendwas rum lag aber ich habe nicht drauf geguckt wo also werden wir ein bisschen suchen das ist das symbol auf das wand stellen sollen können wir nicht mehr in den palast ist aber schade ist anscheinend echt nichts mehr wirklich gar nichts da ist noch ein haus per se das sieht auch aus als könnte man es immer noch betreten aber moment mal okay das auch noch ein haus aber da kommen wir nicht rein na gut dann ist hier wohl wirklich nichts mehr okay dann würde ich sagen war es das für heute und ich hoffe das video hat euch soweit gefallen falls ihr daumen hoch teilen abonnieren kommentieren und was ihr nicht sonst so alles cooles macht und wenn es euch nicht gefallen hat gebt dem video einen daumen nach unten wir sehen uns beim nächsten mal wenn wir den moon palace dungeon erkunden tschau tschau tschau